Oh, hallo Internets. Na, wie geht's? Hier ist wieder euer Fischi-Fischmann. Heute nehme ich euch mit zur Games Academy und das finde ich sehr gut. Ich wollte es eigentlich selber filmen, aber dann dachte ich mir, warum eigentlich? Der Tim kann das doch machen, ne? Tim? Der sagt immer nichts. Kommt doch mit rein. Guten Morgen. Oh, hallo. Grüß dich. Na? Sascha, richtig? Oh, das ist ja verrückt, dass wir uns hier gerade treffen, ganz zufällig. Hallo. Du zeigst uns ein bisschen heute die Games Academy. Ich zeig euch die GA. Das ist der Empfang der GA, unsere Sekretärin Marc. Ich glaube, du bist nicht mal lange Student hier, Sascha. Ich glaube, es ist langsam vorbei jetzt. Okay, und was ist das hier? Merchandise von Ordnung. X-Wing-Fighter-Nachtrundung. X-Wing? Das ist leider kein X-Wing. Oh, Sascha, ich glaube, das ist bald vorbei mit deiner Zeit hier in der Games Academy. Was ist das hier? Das sind unsere 3D-Artists tatsächlich. Und die müssen modellieren lernen, die müssen Anatomie lernen. Und daher müssen sie sich selbst Objekte zusammenkneten, worauf sie Bock haben. Ist eine Prüfungsvoraussetzung. Holt ihr euch dann manchmal auch so Models, die dann so posieren? Ne, wir machen das anhand von Bildern. Aber Models wäre auch toll. Also ich bin halt unglaublich teuer, aber wenn ihr Bock habt? Ich weiß nicht, ob wir so viele Knete haben. Das ist World of Warcraft. Was soll das sein? Ein Kuhmann, Frau. Was ist das hier? Wollte ich gerne wissen. Das sind Spiele, ne? Das sind unsere Spiele, hol raus. Eure Spiele? Das sind unsere Spiele. Olaf's Adventure. Ja. Sind die auch richtig in den Markt hinaus gegangen? Teilweise ja, teilweise nein. Eine Spielebibliothek? Oh, guck mal hier. Geil. Hey, hallo. Verspätete Studenten. Hi. Du bist zu spät. Ja, total. Ich hab voll verschlafen. Dann beeil dich jetzt. Beeil dich jetzt. Ich bin noch mal im Gaming-Bereich. Ja, das ist so Gaming-Mentalität. Was hast du gesagt? Ich bin immer pünktlich. Hi. Ein Brocker-Raum. Ihr macht jetzt gerade Spiele? Ja. Oh. Oh. Wir haben zwei Hauptgebäude. Einmal das von den Kokos oder von den Wetschers. Und das Ziel ist es, das jeweils andere zu zerstören. Kaputt zu machen. Kaputt zu machen. Du wirst dich wundern. Du wirst sagen, hey, ich hab doch das Spiel gemacht. Warum bist du so gut? Und dann würde ich sagen, tsch. Was soll ich machen? Bam. Jetzt kriegst du Angst langsam, ne? Du bist halt so, fuck. Wie gut ist der denn? Oh, Jona war dumm genug, um mich an den Christensen zu spät. One Hit. Ja, ich hab gewonnen. Vielen Dank, danke sehr. Sehr spannend. Sieht gut aus auch. Was ist denn das, Sascha? Unsere ganzen Abschlussjahrgänge von 2000 bis heute. Hier geht's sogar noch weiter. So viele. Awards? Awards von Gamesacademy Dudes, die ihre Spiele eingereicht haben. Unter anderem Deutscher Computerspielpreis, Ubisoft Newcomer Award. Das ist dein Team. Das ist mein Team. Hallo Team. Hallo Team. Was macht ihr für ein Spiel? Wir machen einen Third Person Arena Shooter. Wow. Vielmehr ein Third Person Arena Schubser. Oh, hier geht's los. Hier geht's los. Oh. Oh. Okay, irgendwie hab ich das Gefühl... Ja, genau. Wahrscheinlich hast du das jetzt schon dreimal gesagt, aber ich bin sehr unaufmerksam. Wie viel hattet ihr jetzt insgesamt Zeit bis zur Abgabe? Acht Projektwochen. Acht Projektwochen. Ach, ihr zockt ein bisschen, ne? Ist doch noch Zeit. Es ist doch noch Zeit. Es ist doch noch Zeit. Oh, Sascha, was ist denn hier? Hier ist die vierte Etage. Oh. Oh, von der Gamesickel bildende Kunst. In Valery. Ah. Ist ja gar kein echtes Schwert. Danke, sorry fürs Stören. Tim. Tim, wir sind jetzt auf dem Dach. Ist da ein Grill an? Das ist ein Töpf. Vielleicht gibt's Wurst. Games Academy Wurst. Das ist Thomas. Oh. Wie ist das normal? Ist das immer so hier? Ja, nicht immer. Nicht jeden Tag. Aber jetzt im Sommer, wo man ja schon draußen machen kann. Ja, genau. Das ist geklaut. Das ist geklaut. Das ist geklaut. Oh. Oh. Das geht nicht. Oh. 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 Hier hast du die Spree. Und Wind im Mikro. Und es ist ein bisschen kühler. Sascha, vielen Dank für die Einsichten. Es war unglaublich abgefahren. Ich habe ihr, als die Kamera zwischendurch aus war, auch ein paar Bugs rausgehauen aus dem Spiel. Von hier, wie hieß es, Sky Bash. Sehr gerne. Es ist auch umsonst. Danke. Danke, danke, vielen Dank. Vielen Dank auch ans Team hier, dass wir hier sein durften. Hallo Team. Hallo Team. Tschüss Team. Und ja, viel Spaß, viel Erfolg euch noch. Und Tim und ich gehen jetzt ein bisschen zocken. Tschüss YouTubes und bis zum nächsten Mal. Tschau YouTube. Komm, wir gehen. Vorsicht. Sai, und nicht wieder. Sie wurden nicht Centers locken. Und ja. � 나는 nicht . Ich habe mich schon nghi mit Schindf Herrmann. In der Bildung了. Wenn wir uns in der Bildung. Jetztujeme, wenn sie hier mal ein paar G kicks.